Mein Name ist Janni, ich bin der Restaurantleiter dieses tollen Mamacita. Wir sind sehr, sehr froh und stolz, Partner der Heimatgenuss Erzgebirge zu sein und mit ihnen zusammen auch diese tolle Philosophie von Heimatgenuss im Erzgebirge darbieten zu können, dass sie das hier wirklich auch erleben. Sie kommen rein, erleben und gehen weg mit einem Riesenstrahl und sagen, wann komme ich wieder. Dafür stehen wir, das sind wir als Mamacita. Hi Marcel von Mamacita. Wie ihr gesehen habt, ich brenne für meinen Job. Leidenschaft jeden Tag aufs Neue. Wir haben hier in Mamacita ausschließlich nur noch regionales Fleisch aus Waltersdorf, Ente, Pute, Gans, Rind, alles was das Herz begehrt, kommt vorbei.